Der Grunge-Look steht dir gut. Hatten Sie einen harten Tag, Agent Fury? Ich muss klären, was es mit dieser Invasion aus dem All aufsichert. Die Skrulls infiltrieren euren Planeten. Das sind Formwandler. Okay, beweist mir, dass du kein Skrull bist. Das war ein Photonstrahl. Und? Ein Skrull kann sowas nicht. Schätze, das muss ich dir einfach glauben. Wir sind Kree. Stark. Vereint. Du musst die Vergangenheit hinter dir lassen. Ich hab keine Vergangenheit. Kontrolliere es. Ich habe diese Kraft. Aber ich weiß nicht, wo sie herkommt. So etwas wie sie hab ich noch nie gesehen. Denken Sie, es gibt noch andere? Sie ist nur der Anfang. Du bist weit gekommen. Aber du bist nicht so stark, wie du denkst. Captain Marvel. Was ist das? Das ist das Shield-Logo. Wenn man sein Logo auf Klamotten macht, hilft das bei geheimen Operationen? Frag die Weltraumkriegerin, die einen Gummianzug trägt. Wooh! 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 Vielen Dank.